Recht herzlich willkommen zur 35. Folge von Avoyon. Ich weiß nicht genau, ich glaube aber ja. Ja, sind wir hier, wir haben unsere Mission und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie irgendwas hinkriegen, aber wir müssen glaube ich erstmal hier zurück. Achso, wir müssen erstmal schauen, dass wir wieder Saft kriegen, das war das letzte Problem. Und dafür gehen wir mal in das Schiffsbaumenü. Und dann da hin. Und dann nehmen wir das mal hier so raus. Warte mal, wer ist das erstmal? C43 Detektor. Okay, den nehmen wir raus. Und Geschützkontrollsystem. Gibt es auch nur eins. Die beiden blauen nehmen wir mal raus. Der hier war Phantom Hyperraum Upgrade. Brauche auch Strom, okay. Aber die habe ich jetzt rausgenommen, damit der Strom hier ein bisschen schneller vielleicht sich wieder aufbaut, ne? Macht Sinn. So, jetzt können wir gerade mal hergucken. Welche zwei Schiffe sind denn hier noch unterwegs? So, gucken wir mal, wer ist das denn da? Das ist ein Bergbauschiff. Was können wir mit dem denn machen? Nix wohl. Und das zweite Schiff ist da oben. Was ist das für eins? Schweres Bergbauschiff. Okay. Können wir wahrscheinlich genauso wenig machen, oder? Ja. Obwohl, wir haben ja nicht mal gefragt, was es hier Interessantes gibt, ne? Aber egal. So, Koordinaten eingeben. Da, ausrichten. Und springen. So. Jetzt sind wir in einem neuen Sektor. Dann gucken wir da mal rein. Oh, hier gibt es ganz viele Sachen, aber gibt es auch Sachen, die für uns interessant sind. Das ist die Frage. Ein Schiff von Asraide, zwölf Schiff von die Allianz von Pira. Was sind das für Schiffe, ist die Frage, ne? Das ist eine Fregatte. Und Bergbau? Ich glaube, sonst nix für uns Interessantes dabei, ne? Was ist ein Depot, oder was ist das hier oben, ja, ne? Können wir Materialien handeln? Können wir welche verkaufen? Bringt uns aber jetzt nichts. Gut, da ist ein rotes Tor. Das ist das, was nach da geht, wahrscheinlich. Und... Fusionsfabrik, Ressourcendepot. Lass mal. Zehn Schiffe. Elf Schiffe. Da ist die Arzneimittelfabrik, da müssen wir hin. Halbleiter, Munitionsfabrik, Ressourcendepot. Hm, bringt uns alle hier jetzt gerade nix, ne? Ich glaube, wir fliegen mal in das Tor hier. Und das ist ein Süd-Ost-Tor. Das war jetzt, was für eins? Nord-Nord-Ost. Und das ist das Süd-Ost-Tor. Das bedeutet, mal dahin. Gucken, dass wir da vielleicht noch irgendwas kriegen, um mehr kaufen zu können. Aber ich glaube, das schaffen wir zeitlich sowieso nicht. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder wie war das? Lass mal Zellenfabrik. Da unten ist was. Ressourcendepot. Und was ist das? Leiterfabrik. Hier oben, was ist das? Ne Waffenfabrik. Können wir da irgendwie Waffen verkaufen? Verkaufen wollte ich eher jetzt. Warte, nochmal. Güter kaufen. Ne, was ich jetzt wirklich da gerne in den Schütztürmen bauen. Die wollte ich nicht bauen, sondern ich würde die gerne verkaufen. Aber das geht da glaube ich nicht, ne? Okay, das ist schade. Fusionskern. Fusionskern, da kostet ihr da. Plasmazellenfabrik. Was handeln die? Plasmazellen natürlich. Was sonst? So. Okay. Das haben wir alles. Da ist ein Tor. Ost-Süd-Ost-Tor. Ost-Süd-Ost-Tor. Muss es wohl sein. Fliegen wir da mal schnell hin, aber versprechen tut mir da nicht mehr viel von. Die Zeit für die Arzneien läuft nämlich. Ja, los rein. Ja, los rein da. Genau, da ist es. Dann da mal hin. So, jetzt ist es alle. Na ja, aber das schaffen wir trotzdem noch durch. Gut, da gibt es jetzt was. Da gibt es jetzt was, ein Handels-Epo. Ja. Handels-Posten nennt sich das. Eishoch-Kristall-Anti-Trans-Fahrzeug-Schmidt-Südder-Versorgung-Diamanten-Munitionsstoff-Bohrer. Nö, da gibt es gar nichts. Das habe ich und kann ja auch nichts verkaufen. Gut, dann brauchen wir da gar nicht hin. Da ist noch eins. Schnaps, Kaffee, Litten, Satelliten, Kaffee, Plastik, Lamin, Rappen, Industrie, Tesla, Spula, Drohne, Altmetall, Goldmilchprodukt, Schlager. Wollen wir auch nichts machen, ne? Und, was wir haben, wollen die auch nicht haben. Was ist da oben noch? Reparatur-Dock. Da kann man Güter verkaufen. Die nehmen Metallplatten, die wir hier haben. Möchte ich jetzt verkaufen. Geht ja nicht, weil ich nicht angedruckt bin, ne? Ja, 48 Metallplatten. Flieg mal hin. Ausgewählt ist es. Das heißt, ich muss gleich Anzeigen kriegen, wo Docks sind da. So, da können wir docken. Was haben die auf dem schwarzen Brett denn stehen? Nanobots wollen die haben. So viel Cola haben wir gar nicht. Rekonstruktions-Ort setzen. Das machen wir mal. Dann fangen wir nämlich hier... Ach, das kostet Geld. Alles klar. Dann machen wir das doch nicht. Dann kommen wir wieder da her, wo wir sind. So, jetzt hier die 48 Platten. Oh, jetzt habe ich schon ein paar Mark zusammengekriegt. 92.000 ist ein bisschen was. Also, ich glaube, wir müssen erst mal gucken, dass wir Geld scheffeln. Was ist da rechts? Ressourcen-Depot. Hatte ich da schon ausgewählt? Ich glaube ja, ne? Da unten ist noch so ein Türmchen. Da. Was macht das? Oder kann das? Oder tut das? Kann ich das auch verkaufen? Ja, hier kann ich auch verkaufen. Cool, dann fliegen wir doch da erstmal hin und verkaufen Klamotten. Wir haben noch so viele davon. Die müssen wir erstmal alle loswerden. Dann haben wir auch richtig Kohle. Ich glaube, ich stoße jetzt hier nirgends vor anderen Satelliten. Oh. Gut. Äh, wo ist denn das Ding jetzt hin? Ich musste so eine Notbremsung machen. Sag jetzt nicht, der ist gerade weggeflogen. Ne, da rechts ist er. Ne. Weg. Ausgewählt ist er. Ich muss da irgendwie dran. Können wir da docken oder so? Hey, kann ich das jetzt so verkaufen, oder was? So, was verkaufen wir? Doppel Eisen verkaufen. Das ging auch aus der Entfernung, oder wie sehe ich das? Das war ja wieder klasse, oder? Den habe ich auch im Blau. Wieso ist denn der noch grau sogar? Schildbooster. Schildbooster, ein Bergbausystem, haben wir auch noch ein grau. Gut. Schildbooster kann weg. Scanner-Upgrade. Ich gucke mal gerade hier, verbesserte das Handelssystem. Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeitssicherungs-Kurzschließer. 2. 2. Da verkauf schon mal einen von. Batterie-Upgrade. Ja, obwohl. Hm. 47, 56. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 4. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 4. 5. Ich drück mal Müll verkaufen. Weiß ich nicht, was Müll war. Skinner Upgrade kann weg. Kommt Bergbau-Service... Ah, weg. Die Weißen kommen alle in die Tonne. Echt, das haben wir auch noch alles? Alles weg. So, jetzt haben wir schon 166.000. Titan-Abwrack-Geschützturm. Weg. Antriebs-Upgrade weg. Das ist Seite 1. Ist das wirklich Seite 1? Da ist die Mission fehlgeschlagen. Okay, da konnten wir jetzt sowieso nichts dran ändern. Schild-Booster. Ist da auch noch einer. Schild-Wiederaufladerate plus 14% plus 8% und das andere sind Schild-Wiederstandskraft 82%. Wir verkaufen das. Weiß was? Ich gehe da einmal raus. Und gehe dann wieder rein. Und gucke nochmal an. 1 bis 15%. Okay, das ist irgendwie anders unterteilt noch, oder was? Doppel-Bolter-Geschützturm. Doppel-Maschinen-Geschützturm. M da, dreifach unten, Doppel-Maschinen-Geschützturm, weg. Vierfach-Polter-Geschützturm. Dreifach-Maschinen-Geschützturm, was kann der denn? 4,9 Schaden, der 4,1 und der 7,6, das weg. 4,8, 7,6, weg. Der hat auch 4,8. Unabhängiges Zielen. Boah, weg. Alles was unter 2.000 ist, geht gleich direkt weg, oder? So. Radar, Scanner, Handelssystem und Höchstgeschwindigkeit. Handelssystem haben wir da nochmal. Also geht das weg. Was hat mal? Radar, Scanner und Höchstgeschwindigkeit. Haben wir jetzt nichts von. Doch, Radar ist noch da. Also, kann der auch weg. Scanner und Höchstgeschwindigkeit. Radar-Upgrade, Energie nach Schildkonverter, Geschützkontrollsystem. Ich glaube, das war es erstmal. Eisenbergbau-Geschützturm. Gut. Wir haben 230.000. Das ist schon mal eine Hausnummer jetzt, ne? Was kann man bei dem sonst nix kaufen, ne? Was ist das für einer? Das ist ein Kaufmann. Gib mir da eine ganze Fracht. Kann ich bestimmt nicht transportieren. Gut, da will ich aber jetzt mich nicht mit drum kümmern. Das ist jetzt nicht mein Ding. Da ist ein Tor. Da war der Handelsposten. Hat der Handelsposten eine Aufgabe für uns? Das ist eher eine Frage. Keine Aufträge. Gibt es da einen Auftrag? 150 Nanobots brauchen die. Wenn ich wüsste, wo ich sie herkriege, würde ich es ja machen. Und ich weiß, na, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Obwohl, das wäre eine Belohnung, ne? Aber wir können uns noch anklicken. Also, die Nanobots, Zeitlimit 30 Minuten. 150 Nanobots. Wenn ich wüsste, wo es die gibt, würde ich die hier gleich kaufen, ne? Da war nix. Ja, wo habe ich Roboter-Fabrik gehabt, meine ich, ne, oder? Mikrochip, Munition, Ressourcen, ne? Tja. Nanobot-Fabrik, da ist sie doch. Das ist nur die Frage. Ob wir das schaffen. Nochmal gerade. Schwarzes Brett. 150 Nanobots. Ich brauche jetzt was für ein Tor. West-Süd-West-Tor. Ne. Ich brauche ein Süd- Ost-Süd-Tor. Süd-Süd-Ost-Tor. Okay. Das ist es. Gucken wir mal, ob die 50, 150 Nanobots mitnehmen und ob der Vertrag kleiner da ist. Der müsste eigentlich wenigstens nach einer halben Stunde nur aufrechter sein. Aber ich weiß auch nicht, ob ich sie mir leisten kann, diese 150 Nanobots. Das ist nämlich das nächste. Waffenfabrik. Energiegenerator. Nanobot-Fabrik. 150. Kaufen. Musst angedockt sein. Ist klar. Ich wollte ja auch nur wissen. Das ist jetzt die Frage. Komm, wir fliegen da erstmal hin. Die ist aber weit weg, wa? 32, 31, okay. 13 ist das noch mehr, noch nicht 3. So, wo ist ein Andocken möglich? Da. Interessante Kiste, oder? So. Güter handeln. Kaufen. Geht. Okay, das bedeutet, nicht da dran zu schrauben. Zurück zum Tor. Wo war das? Da. Ist es das da? Nord-Nord-West-Tor. Passt. Einmal wieder Gas machen. Boah, 50, ey. Wenn das jetzt klappt, ne? 400 Belohnung. Plus den doppelten Preis. Wir haben 200 bezahlt. 400. Das wären 800. Da hätten wir richtig Cola geschäffelt. Schauen wir mal. Aber jetzt ist die Mission gleich weg. Wetten? Sprit alle. Komm, fliege da näher ran. Ja, die Zeit ist natürlich schon ziemlich fortgeschritten. Eigentlich sollte man diese Mission später weitermachen, aber jetzt muss ich das noch machen. Es fasziniert gerade. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist das Ding? Wer wollte das haben? Akzeptieren. So, ich glaube, wir müssen docken. Wegen, ne? Abliefern und so. Ich glaube, da können wir docken. Oh, wohl doch nicht. Da ist die Spitze, das. So, liefern. Ich denke, wir kriegen den doppelten Preis. Aber naja, 470 ist ja auch schon mal was, ne? Gut, kommen wir nochmal rein. So, die haben jetzt nichts mehr für uns. Auch schön. Fliegen wir ein Stück weg, bevor da irgendwie dran knallen oder uns irgendwer anders erwischt. Und dann würde ich sagen, soll es für die Folge erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.